Lili ist froh, endlich fährt sie elektrisch. Eigentlich wollte sie sich ihr Elektroauto schon vor einem Jahr anschaffen, doch daraus wurde nichts. Lili wohnt in einem Mehrfamilienhaus und ob sie ihren Parkplatz elektrifizieren darf, hängt von der Zustimmung all ihrer Miteigentümer ab. Diese wollten von Lili wissen, ob der bestehende Hausanschluss zum gleichzeitigen Laden mehrerer Elektrofahrzeuge ausreicht. Und falls nicht, wie er soll für den teuren Ausbau aufkommen? Wie kann der Ladestrom ausserdem gerecht unter den Hausbewohnern abgerechnet werden? Lili war überfordert. Heute sind Lilis Nachbarn beruhigt und Lili lädt ihr Auto in der Tiefgarage, dank der Ladelösung für Mehrfamilienhäuser von WWZ. Der Schlüssel heisst Lastmanagement. Das System misst, regelt und verteilt die zur Verfügung stehende Anschlussleistung intelligent auf alle Ladestationen. So wird der Hausanschluss nicht überlastet und alle Autos werden geladen. Bald ist Lili nicht mehr die einzige mit einem Elektroauto. Bereits drei weitere Nachbarn im Mehrfamilienhaus haben ihr Parkfeld in der Tiefgarage erschlossen. Und weitere können jederzeit nachziehen. Dank der zukunftssicheren Gesamtlösung von WWZ. Das System ist mit zertifizierten Zählern ausgestattet. Diese messen den bezogenen Ladestrom der einzelnen Mieter oder Eigentümer. Die Abrechnung erfolgt bequem über die Stromrechnung des Bezügers. Ganz ohne Zusatzaufwand für die Verwaltung. Lili zahlt also nur, was sie wirklich verbraucht. Kurz und bündig, unsere Ladelösung für Mehrfamilienhäuser kann mit der vorhandenen Anschlussleistung alle Fahrzeuge versorgen und bietet eine gerechte Abrechnung des individuellen Ladestroms. Das ist fair, zukunftssicher und effizient. WWZ ist Ihr Partner für Ladelösungen im Mehrfamilienhaus. Alle Infos finden Sie auf unserer Website unter www.ch.